Hey, ich habe die Beauty Box von Parfum Dreams ergattern können und die packen wir jetzt mal aus. Die kostet 15 Euro und die ist immer mal wieder verfügbar. Die geben das auf ihrer Facebook-Seite bekannt, also am besten guckt ihr da nochmal vorbei. Und da muss man dann auch immer relativ schnell sein, weil die immer schnell vergriffen ist. Und es gab eine Gratis-Probe hier. Und ich sehe schon, die Box ist prall gefüllt. Als erstes hätten wir von Just Cavalli eine Parfüm-Probe. Hier, so sieht das Ganze aus. Ja, Free-Sample-Gratis-Probe. Dann haben wir von Biotherm einen Lipbalm. So. Von Troushadi eine Bodylotion. Ich bin ja nicht so der Creme-Typ, aber naja. Kann man sich ja nicht aussuchen, was in den Boxen drin ist. Von Bulgari. Heißt das? Ja, Bulgari, ne? Ein Eudel-Toilett. Hier, so. Aber ich finde die Verpackung, ja, das ist immer viel zu viel für so ein kleines Ding, ja. Das ist ja die reinste Müllproduktion. Von Signorina. Hier, so sieht das Ganze aus. Ich muss mal auspacken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auch ein Parfüm. Das finde ich cool, weil das so lang ist. Das ist so die perfekte Größe für die Handtasche, finde ich. Kann man riechen auch mal dran. Ich finde das riecht gut. Aber ich bin nicht so gut im Düftebeschreiben. Möchtest du auch riechen? Mhm. Findest du gut? Ja. Und dann hätten wir von Nubia Eude Parfüm. Hier, das hatten wir doch schon mal in irgendeiner Box. Hatten wir das nicht sogar auch in der Parfüm-Dreams-Box oder hatten wir das in der Müller-Box? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall habe ich das Michelle geschenkt. Ja. Ah! Nicht runterfallen. Von Barbour. Ein Cleansing Thermal Spray. Hier, so. Pflegespray für Gesicht und Körper. Steht hinten noch drauf. Muss ich mich mal näher mit befassen, aber ne, werde ich auf jeden Fall behalten. Dann Way. Wie kann es anders sein? Love Story Chloe. Schauergel. Das hatte ich auch mit im Urlaub. Und ja, ich finde es halt blöd, wenn die Produkte immer, wie sagt man, wenn es immer die gleichen Produkte sind. Das ist halt irgendwie nicht so toll, ne? Dann haben wir von Chanel eine Volumen-Mascara. Also mit Mascara kann ich euch auch totschmeißen, aber naja, ist halt von Chanel, ne? Finde ich dann doch cool. Und dann werden wir schon beim letzten Produkt von Roberto Cavalli ein Parfüm... eine parfümierte Bodylotion. Also da ist irgendwie ein bisschen viel Creme drin, da habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, okay. Ein bisschen viel ist gut. Also es ist zweimal Bodylotion und Bodylotion ist nicht so meins. Und die Box finde ich so, naja. Also ich könnte sie auch zurückschicken, glaube ich. Aber möchte ich nicht, weil ich finde das Parfüm hier cool. Und ich finde auch die Mascara cool. Also die werde ich auf jeden Fall testen. Wir können uns ja mal eben das Bürstchen angucken. Wenn sie dann da rauskommt. Hier ist es auch nur so klein. An den Bürstchen klebt schon so viel Produkt. Das finde ich ja dann schon nicht mehr so cool. Wie soll man sich denn da mit die Wimpern tuschen? Ich werde es ja auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn sie dann irgendwann mal leer ist, gibt es dazu bestimmt mal ein Fazit in einem Aufgebraucht-Video. Wie findest du die Box? So, naja, ne. Also ich meine, klar, für 15 Euro ist das schon okay. Ich glaube, das Parfüm hier kostet schon irgendwas zwischen 10 und 15 Euro. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ich weiß halt nicht. Ob ich das Parfüm jetzt wieder verschenken werde oder für die nächste Wanda-Box, Wanda-Paket behalten werde. Keine Ahnung. Ja, ich bin zwiegespalten. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten, beziehungsweise zu der Box, in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen das war das Alltagsleben mit Moni und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss! Auf Wiedersehen!